O Susanna Ja, wir sind hier in Odershausen, ein Stadtteil von Bad Wildungen und wir sind der Männergesangverein Odershausen, 1886. Und auf dem Zettel stehen Lieder, deutsche Lieder. Und er kann diese Lieder erklären, entweder indem du sie aufmalst oder pantomimisch darstellst. Ein Männleitschirn mal... Richtig! Auf die Bühne? Ja, richtig! Richtig! Ja, genau! Wann wird es mal wieder richtig? Ja, richtig! Wir haben zur Zeit 20 aktive Sänger und uns gibt es seit 1886. Aus der Taube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus der Taube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus der Tonne in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Aus der Tonne in das Fass. Aus dem Fass, dann, oh Wonne, in die Flasche, in das Glas. Aus dem Glas, in die Kehl, in die Kehl, in den Schuh. Aus dem Magen, in den Schuh. In den Magen, in den Schuh. Und als Blut, dann, oh Wann, in die Seele. Und als Wort, hier auf zum Mund. Und als Wort, hier auf zum Mund. Aus dem Magen, aus dem Magen, etwas später. Formt sich ein begeistert Lied. Formt sich ein begeistert Lied. Das auf Wolken in den Eta. Mit dem Menschenjubel zieht. Und im nächsten Frühling wieder fallen die Lieder fein. Nun als Frau auf Leben wieder. Und sie werden wieder fein. Und sie werden wieder fein. Ja, es ist der erste Abend für mich. Und ich schnuppere so ein bisschen rein. Ich war jetzt Kirmesvater in eurem Haus. Und jetzt dachte ich, komm her, jetzt gehst du mal eine Station weiter. Und supportest den Männergesangsverein auch mal ein bisschen. Ja, das versprochen. Große Inszeremoniell bei der Kirmes. Mit Hemd anziehen und so weiter. Also das geht. Also er hat quasi jetzt seine Wette eingelöst. Er hat im Grunde seine Unterschrift gegeben. Das ist gut. Ja, wir singen jeden Montag um 20 Uhr im Gemeindehaus. In Bad Wildung-Odershausen. Einfach vorbeikommen. Sich dazusetzen. Den Abend mal anhören. Und wenn Lust besteht, mitsingen. Und gerne wiederkommen. Wir sind jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020